Freunde, es ist soweit, EA hat nochmal einen draufgehauen. Also wenn diese Karten kommen sollten, wenn doch mal denn Lucio und Yaya Toure eine kranke Karte bekommen, diese Trophy Titans, Zidane Trophy Titans Icon. Also ich weiß nicht, was uns da erwarten. Das ist jetzt halt nur eine Prognose. Oder ist das alles schon die Karten? Ja, ich glaube, viele sind davon auch schon bestätigt. Ja klar, hat man ja schon gesehen, so Vieira und... Äh, Vieira, sag ich schon. Ja, Vieira hat doch auch einer. Wo ist Vieira? Vieira hab ich doch auch irgendwo gesehen. Ach, keine Ahnung, da sind so viele Prognosen immer am Start. Aber so soll das Ganze aussehen. Das Design, Yaya Toure, Lucio, äh, das wär schon heftige Karten. Sowas find ich mal cool, wenn EA da mal ein paar neue Events reinbaut. Aber es dürfen nicht zu viele kommen. Es soll ja was Besonderes bleiben, ne? Deswegen, ich bin gespannt, was da so kommen wird, Leute. Aber die Karten werden wieder unbezahlbar sein, gefühlt, ehrlich.